und damit ein herzliches willkommen zurück zu einem neuen video und zwar heute ist mal wieder sonntag leute das heißt wir spielen ets 2 weil es ist dran eine sache muss ich euch sagen und zwar ich musste einen neuen account erstellen weil beim anderen account was ich in der ersten folge angefangen habe ist irgendwas schief gelaufen denn ich wollte ihn starten und dann sollte ich eine neue stadt auswählen das ist gerne anscheinend ein bug bei mir weil ich will dann die neue stadt auswählen aber du kannst nichts auswählen und wenn der auswahl stetigen drückst passiert nichts also habe ich gedacht okay scheiß drauf da muss halt leider neu anfangen das heißt ich habe jetzt hier neu angefangen habe die erste fahrt gemacht und wir suchen uns jetzt eine fahrt aus und denkt einfach es wäre die erste folge ich habe mir heute mal meine sonnenbrille mitgedacht mitgebracht einfach mal für bisschen fanden einfach mal ein bisschen entertainment im video zu haben weil es ist ja sonst langweilig das video ich habe jetzt hier in irgendeine wiko geholt ich habe keine ahnung was die ladung ist lkw reifen 18 tonn ach du scheiße okay ich würde sagen wir starten ich habe ein bisschen was erzählen zu erzählen jetzt natürlich nicht so gut das game wie sonst auch kurz gucken wie der ausgang ist bevor ich okay bevor ich in der letzten folge ats richtig rein scheiß und voll daneben fahrt oh ich habe einen doppel anhänger kritischer hase ich mache mein handy stumm so ist stumm und ja okay ach komm jetzt kommen da tausend leute das willst du kannst du mir doch nicht erzählen kommt fahrt schneller ich will los so links weiß ich nicht ich fahr jetzt einfach es juckt mich nicht gerade allerdings war nämlich auch nichts wie ich mir gedacht habe okay kommt was von links kommt was von links nein hat das auch meinen oder das war nicht meine keine ahnung auf jeden fall kann ich euch mal ein bisschen was erzählen und zwar was jetzt zu den letzten tage passiert ist ich fange direkt mal mit dem coolsten thema an eventuell mit dem zweit coolsten thema fange ich an und zwar wissen die meisten ja das ist ein tiktok kanal aber die aufrufe waren immer in ordnung ich bin short wieder oh ja ich wollte ein neues tiktok video hochladen das mache ich nach dem video das nehme ich am by the way auch wieder am samstag auf samstag morgen ja ich denke mir so nichts so dabei lad dieses wie beschleunigt wie ein affe auf youtube und auf twitch twitch sage schon auf tiktok hoch denkt mir nichts dabei denkt so alles klar es kriegt so 100 aufrufe auf tiktok vielleicht 300 und auf youtube vielleicht auch so in dem dreh erstens ich war auf tiktok danach nach diesem video gar nicht aktiv also ich habe gar nicht aktiv geguckt wie viel aufrufe es bekommen hat also ich habe da gar nicht nachgeguckt so auf youtube habe ich auch nicht damit gerechnet aber es ging sehr gut ab das hat jetzt über 7000 aufrufe ich blende euch hier ein keine ahnung irgendwie so in dem drehen und dann habe ich mir gedacht okay komm gehst du mal einfach auf tik tok online weil ich wollte das nächste tik tok uploaden glaube ich an dem tag ja habe ich gedacht okay guckst du mal nach weil du musst ja egal was willst ja gerade das nächste tik tok schon mal hochladen und dann fällt mir auf dass das beschleunigt wie ein affe tik tok einfach 16.000 aufrufe hatte hatte weil es hat jetzt 19,1 oder so vielleicht jetzt ein bisschen mehr ich weiß nicht was da passiert ist aber okay es ist abgegangen und ich habe nicht ich dachte gerade die geräusche kommt vom lkw ich habe gar nicht darauf geachtet ich habe damit nicht gerechnet ich habe gedacht okay so normale aufrufe wie sonst auch vielleicht auch mal 1000 aber mit 16.000 beziehungsweise jetzt 19.000 aufrufen habe ich nicht gerechnet habe gedacht okay cool ist mein video was wieder viral gegangen ist warum nicht ne lade ich das nächste tik tok video hoch denken mir okay jetzt gucke ich mal ein bisschen aktiver einfach um zu wissen was denn da so passiert ich gucke und ich gucke und dann denkt sich das video ja also wenn ein video viral geht gehe ich auch mal viral so war es auch das hat jetzt weiß ich nicht hat bestimmt jetzt mehr als hatte glaube ich gerade eben 14 1400 aufrufe oder so also 14.000 400 aufrufe ich habe follower dazu bekommen auch und kommentare ich denke mir so nein so nach zwei stunden ich gucke will talk nach zwei stunden auf tik tok was denn da so abgeht so als ich das neue artik tok video geüploadet habe auf einmal sehe ich digga es geht ab es hat 1000 aufrufe oder 2000 aktualisiere jede sekunde und es hat jedes mal mehr aufrufe ich so direkt nein kannst du mir nicht erzählen waller kannst du mir nicht erzählen es ging immer höher mit meinen freunden geschrieben digga mit bully kennen die vielleicht nicht alle mit daniel dem 59er daniel also 59 daniel alter ich so real talk ist das jetzt real oder träume ich gerade nein ich träume nicht ich sehe es heute schon noch und es ist immer noch so hoch und ich sage es dir das ist nicht gebottet glaube ich nicht auf jeden fall ja habe ich mich sehr gewundert digga natürlich auch gefreut ich habe mir so gedacht nee digga das passiert nicht gerade real talk und ja ich werde hier nach dem video neues tik tok video abgeüploadet haben das heißt wenn ihr das hier sieht ist dieses tik tok das neue das neue tik tok video auf youtube auch noch draußen und auch schon tag alt über den tag alt war das werde ich ja um 12 uhr oder so wir haben jetzt gleich 12 uhr mittags nicht nachts ich nehme keine videos nachts auf das das mache ich nicht genau weil ich jetzt kann jetzt kann am besten reden weil um 12 uhr nachts in meiner oma und druck beim wett die sind die leben halt direkt über mir also wenn sie schlafen also im schlafen ihr schlafen ihr schlafzimmer ist halt direkt über mir wenn ich dann irgendwie laut rede kriegen die natürlich alles mit das ist natürlich käse und ich habe auch keinen bock um 12 uhr nachts noch ein video aufzunehmen ehrlicherweise weil ich bin einfach müde und will einfach nur schlafen oder meine restliche zeit die ich noch an dem tag habe genießen zurück zum thema ich war auf jeden fall sehr geschockt dass das video so viel aufruf bekommen hat ich bin gespannt wie das neue tik tok jetzt ankommt ich werde sehen das werde ich nach diesem video dann sobald das video hier draußen ist weiß ich schon wie viel es hat aber ja es wenn es auch wieder viral geht dann habe ich vielleicht glück jetzt mit tik tok und ich werde auf tik tok etwas berühmter so was ich nicht schlimm finde natürlich nicht warum sollte ich das schlimm finden ist es ist ganz im gegenteil ich finde es cool dass auch mal irgendwann mal tik tok mir die chance gibt oh mein gott ok hundert war die 80 war ich noch nicht mal genau das war soweit das zu dem thema ist wie momentan kaum liegt immer noch daran dass ich mich auf die youtube kanäle konzentriere und ich glaube das war soweit dann komme ich gleich zum zweiten wichtigen thema oder was euch vielleicht interessiert ich trinke nur kurz mal ein schluck und zwar der zweite coole punkt diese woche mittwoch hatte ich meine fahrprüfung also meine führerschein prüfung also ja die praktische halt nicht die theorie sondern das praktische autofahren ja was soll ich sagen ich bin jetzt glücklicher besitzer eines führerscheins ich habe den mittwoch tatsächlich auf annieb bestanden wo ich froh darüber bin weil jetzt jetzt denke ich mir ich habe alles hinter mir momentan ist eigentlich will lkw führerschein oder sonst irgendwas machen ansonsten habe ich jetzt erstmal fahrschule hinter mir ich kann auto fahren ich muss zwar mit meinen eltern fahren aber das dauert auch nicht mehr lange bis ich komme alleine fahren darf weil ich bin jetzt ich bin noch 17 aber am 6 12 werde ich 18 und will talk das sind noch ein paar monate das dauert nicht mehr lange deswegen deswegen dauert es nicht lange bis ich komplett alleine fahren darf zur schule und was weiß ich wohin und ja ich hab's geschafft ich habe jetzt sozusagen beide sachen die die man für die fahrschule braucht auf annieb verstand bestanden also die theorie prüfung habe ich auf annieb bestanden mit nur drei fehler punkten und die praktische prüfung habe ich auch instant bestanden okay ich sehe es ein ich hätte fast jemanden mitgenommen er hat dann halt gesagt okay ich dachte okay das wäre es dann jetzt das deswegen habe ich freigeschissen aber gott sei dank er hat gesagt ja achte darauf du bist schnell für das was du kannst okay verstehe ich habe selber gemerkt okay das war ein bisschen übertrieben ich habe aber halt nicht gecheckt was die frau wildiger die wollte halt über die straße gehen ich habe ein stopp schild ich sollte stehen bleiben das hätte ich auch gemacht ich habe noch nicht ganz realisiert was die frau da macht ich habe nicht realisiert dass sie gerade über die straße läuft habe ich dann gerade so früh genug noch gesehen dass bevor mein fahrlehrer irgendwie in irgendeiner art und weise eingegriffen hat ich glaube sonst hätte man fahrlehrer irgendwas gesagt oder eingegriffen deswegen ich habe gerade so noch reagiert in irgendeiner art und weise und ich glaube dadurch habe ich mir nicht ganz den führerschein vermasselt naja fehler passieren mein gott was wir zu machen ich habe sie wenigstens nicht mitgenommen ja man kann jetzt natürlich denken boah junge du hättest es nur ein paar sekunden schneller sein müssen oder früher da sein später da sein müssen dann hättest du sie übelst mitgenommen ja das stimmt auch wir haben so eine dingsspur ja das stimmt aber es ist ja nicht passiert also alles in ordnung alles im grünen bereich dafür ist halt jetzt dieses begleitende fahren ab 17 eigentlich ganz 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 gut dann sitzt hier noch mal neben dir dein vater oder deine mutter die schon was weiß ich wie lange auto fahren wenn sie halt einen führerschein haben wohl macht ja sinn was weiß ich wie lange auto fahren und das ist natürlich dann noch mal umso besser die können die dann noch mal tipps geben sagen du machst das und das so und ich kann natürlich meinen eltern auch tipps geben die machen nämlich auch gerne sachen falsch deswegen meine mutter zum beispiel fährt nicht gerne auf autobahnen auffahrten auf mir ist das scheißegal ich kann das aber meine mutter die kann das absolut gar nicht gut gut ich kann es an einer seite nachvollziehen sie mag generell nicht autobahnen so richtig zu fahren mir ist es egal ich komme mit allem zurecht aber meiner mutter wenn es geht dann fährt die am liebsten land oder stadt nicht durch die auf die autobahn aber wie gesagt gut ich bin noch jung deswegen verstehe ich es wenn man älter ist dann wenn ich älter bin werde ich wahrscheinlich auch verstehen warum sie da nicht mehr unbedingt so gerne darüber fährt aber noch bin ich jung das heißt mir macht das gar nichts aus und ich fahre sogar sehr sehr gerne auto so ist es nicht deswegen bin ich froh wir machen am sonntag wo das video hier rauskommt haben wir wahrscheinlich eine tour gemacht wo ich euch dann nächsten sonntag was erzählen werde wie ich auto gefahren bin ab montag fängt ja schon wieder die schule an also für euch dann morgen also für mich dann morgen kann auch sein dass ich schon längst wieder schule habt es gibt ja viele länder die jetzt unterschiedlich finde ich natürlich ein bisschen blöd dass es bei ländern unterschiedlich ist sondern nicht ich hätte schöner gefunden wäre das in jedem land gleich sag ich mal so also zumindest hier in deutschland gleich 20 ach gott ach gott hier also zum beispiel in rheinland pfalz im nordrhein-westfalen da sind die ferien anders dass das triggert mich ein bisschen ich glaube in nordrhein-westfalen entweder waren die da früher oder später ich weiß das nicht ganz aber warum geht hier so lange 20 das triggert übelst naja egal aber was wollte ich jetzt noch sagen ich habe gerade zu den faden verloren das tut mir leid deuter ich habe wirklich kein übelst verloren er ist weg geflogen keine ahnung wohin ja genau tut mir leid ich habe es gar nicht vergessen dann war ich denn gerade dran naja auf jeden fall ich glaube es war so relativ zu ende ich hoffe wir sind jetzt jeden moment da schon komischerweise ist kann mir jetzt ziemlich schnell vor gut ich habe auch viel gelabert davon abgesehen ich habe mich relativ an die geschwindigkeit gehalten relativ nicht komplett zu 100 prozent das hat man gemerkt manchmal weiß drüber aber ja ich hoffe ich habe nichts zu vergessen zu erzählen und ansonsten solltet ihr unterhaltend sein ansonsten sollte ich euch unterhalten haben euch nicht gelangweilt haben weil ich was erzählt habe nicht nur gameplay gesehen habt und dann sind wir alle glücklich auf ein abo über ein abo würde ich mich natürlich sehr gerne freuen ist ja klar genau wie ein like und gerne auch ein kommentar wie es euch gefallen hat wie ihr es findet wie euch das triggert dass ich einen neuen account machen musste wegen so einem scheiß mich triggert von 10 10 von 10 aber ja auch 30 oh Gott nee okay also die fahrt ist ja voll langweilig jetzt hier 30 als ob ich bis jetzt dahin ich muss jetzt noch 30 bis dahin tuckeln was soll das hier ist nix davon endet es glaube ich wieder wow genau da 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 juckt es mich aber einen scheiß weil ich hier gleich rein muss eine da steht auch noch mal 30 boah geht mir das auf den keks wirklich Uff ähm hier rein nein da ne hier hinter ah besser ist es ja da kommt wieder 70 ist klar ne Alter was ist das denn hier was ist das denn für ein komisches Dings Okay dann würde ich sagen wir parken oh wir können nur vorwärts ach ja stimmt ich habe ja einen Doppel-Einhänger ich hab schon wieder voll Gas 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 wenn man hier 30 macht okay verstehe ich aber 10 km muss auch nicht sein Hier ist ja jetzt 30 km Der zeigt mir jetzt hier komischerweise nichts an aber eigentlich ist hier 30 so jetzt stellen wir schön hier hin easy Und dann war es das schon mit der Folge und es waren nur 16 minuten und ich stehe hier noch nicht gut drin Ah ich muss noch ein bisschen vor ich stehe noch nicht genug drin Dann lahm wir die ganze kacke mal ab und dann haben wir es mit dieser folge geschafft wenn ja Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut auf meinen TikTok-Kanal vorbei. Jointet im DC-Server. Macht den ganzen Scheiß. Guckt einfach generell in die Beschreibung. Dann wisst ihr schon Bescheid. Ich habe hier noch irgendeine Fähigkeit. Dann machen wir kurz hier noch Fernfahrten. Anwenden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert diesen Kanal, für den Support. Abonniert diesen Kanal. Klickt auf das letzte Kack-Video. Abonniert diesen Kanal. LOL